Hier rüberspringen geht nirgends. Ich muss mal ein bisschen probieren, ein bisschen gucken, weil ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, was ich mache. Okay, und jetzt hier brauche ich hier Miss One, oder? Natürlich brauche ich die alte. Uff, kann die? Ach, die kann hier nicht durchschwimmen, oder? So, ich wecke jetzt mal ganz kurz schnell auf Jackie. Nein, der ist hier. Okay, alles klar, vergiss es. Naja, dann sprühen wir noch mal ganz kurz zurück. Zum Glück haben wir keine Gegner mehr hier. Ach, halt, hier war man. Hä? Jetzt geht's. Wow, Hammer. So, ich würde mal ganz kurz gucken, ob ich mit ihr Boot fahren kann. Würde ich noch sehr, sehr interessant finden. Die Frage ist... Ah, siehste? Ich habe es gewusst, da kommt ein Hai. Mist. Jetzt haben wir hier unsere goldene Krone verloren. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Aber mit dem hier würde ich ganz gerne... Aber es geht nicht, da brauchen wir wahrscheinlich wieder an... Wie heißt der dann? An Marty. Und erst dann wird's weitergehen. Naja, okay, dann müssen wir... Müssen wir so weitergehen. Oh, guck an, der Helm ist noch da. Das Spiel verliert nichts. Das ist schön. Ah, das geht nicht? Ernsthaft? Leute. Müssen wir doch mal damit drehen. Gehen wir rüber. Warum so umständlich? Gut, hier sind wir. Jetzt können wir den nächsten Papagei... Jetzt haben wir drei von drei. Was ist das hier am Boden? Das können wir nicht hernehmen. Äh, ich habe auf alle Fälle hier das nächste Teil. Cool. Da haben wir nochmal die Schaufel. Brauchen wir für... Wo genau? Kann ich noch was buddeln? Was? Jackie? Hier? Nö, können wir nicht. Gut, dann verschieben wir jetzt, würde ich sagen, erstmal kurz das hier. Das müssen wir auf die goldene Statue mit sich. Pass auf. 100%. Oder? Nein. Okay, nein. Dann ist es mit Sicherheit so, dass wir hier an die Stelle müssen. Die Frage ist jetzt tatsächlich... Ah, wahrscheinlich hier drin. Ja. Oh, cool. Ist fast so geil wie die Tür von Harry Potter, Kammer des Schreckens. Nein. Oh, oh, oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Schade, das ist sehr gekürzt irgendwie. Aber es macht trotzdem mega Laune, trotz alledem. Ich kann's gar nicht anders sagen. Ich bin auch echt gespannt auf Lego Harry Potter, Hobbit und Herr der Ringe. Also, er steht einfach da hinten rum. Okay, alles klar. Ähm, gucken wir mal. Was können wir hier zusammenbauen? Oh, ich bin ein... Was auch immer. Alter. Gib ja mal was. So viel Schätze nimmt er mit. Dann machen wir's nochmal ganz kurz schnell zum echten Piraten. Und sammeln, was das Zeug hält. Da oben müssen wir auch wieder mit Marty schießen. Die Ketten haben wieder die gleiche komische Farbe hier. Where is one? Nee. Wo ist er denn? Hier. Ah, geht auch nicht. Dann gehen wir mal kurz auf den Jacky zurück. Ich würde mich... Ja. Siehste? Äh, ein bisschen krass, oder? Was gibt's? Ach, hier unten muss ich noch durchschießen. Ah, okay. Das geht jetzt wahrscheinlich... Nee, ich kann hier graben. Na, ein Traum. Aber was bringt mir das? Ich versteh's grad nicht. Hallo? Jack mag mich? Hä? Warum? Jackyboy? Er lässt mich... Jetzt geht's komisch. Was... Für was brauchen wir das alles? Ich versteh's nicht. So, wir haben hier nochmal einen goldenen Hund. Irgendwie. Dann müssen wir auf alle Fälle zu Barbossa rüber. Aber ich brauch noch ein Fass hier auf alle Fälle. Guck, ich brauch hier ein Fass zum reinlegen. Aber, weißt du was? Ich, äh, geh mal einmal kurz... Achso. Ah, was ist denn hier los? Hier hinten haben wir noch irgendwie so eine Wand? Oh, Barbossa. Ich hab dich... Ich hab ihn gekriegt. Einmal zumindest. Mann. Guck, geh auf die Seite. Das kann ich nicht mit Druck machen. Okay. Ähm, nur ganz kurz. Ich würd schnell wissen wollen, was hier hinten los ist. Ah, da muss ich hier mit... Mit Frauen springen. Weil wir alle wissen. Okay, sie kann's auch nicht. So, wir müssen einmal kurz zurück ins Mondlicht, sonst sterben die nicht. So, einen brauchen wir noch. Alter, wie krass. Ah, jetzt geht's. Siehste? Cool. Hab ich jetzt noch nicht mit gerechnet. Ich dachte, wir können hochspringen mit ihr. Aber macht nichts. Geht so genauso. Ah, da unten sitzt auch noch zwei. Ich weiß gar nicht, was jetzt mit dem Typen los ist hier. Einmal fallen lassen vielleicht. Einmal hier reinschieben. Einmal hier reinschieben. Was ist denn jetzt los? Babossa! Komm her, du alter Knacker. Ah, jetzt geht es. Okay, aber hier im tiefen Wasser. Hä, warum komm ich hier nicht hoch? Also ein bisschen buggy ist es schon hier teilweise, ne? Ich kann nicht... Ich kann wieder springen teilweise hier. Aber ich kann hier hoch. Ja, ja, ganz... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bisschen komisch manche Sachen. So. Einmal kaputt. Zwei mal kaputt. Nein, doch nicht. Okay, das Ding können wir jetzt aktuell nichts mehr zusammenbauen. Alles klar. Wir haben allerdings noch einen. Ich hätte gern Fass. Mann, komm her. Auf eine Banane ausgerutscht. Ah, guck mal an. Hier. Da geht es weiter. Ah, okay. Zack. 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 Mann, boah, ist das wieder runtergekommen? Okay, dann, äh, ich würde mal sagen, ziehen wir meine auf, wenn möglich. Ach so, Moment, aber er ist ja gerade wieder hier Ding, ne? Kommt der auch zu uns rüber? Ja, jetzt kommt er. Bleib hier, Mann. Warum kann er das und wir nicht? Voll gemein. So, einmal ins Mondlicht, bitte. Der Kampf ist ein bisschen nervig. Aber wir haben... Oh, oh, warte mal. Ich sehe gerade, wir haben kein Mondlicht mehr. Die Frage ist, wie kann ich... Ach, komm. Wie kann ich dann hier... weiter machen? Das hier haben wir, das hier haben wir. Ernsthaft? Er schmeißt über die halbe Map die Bombe? Okay, es ist wirklich saudunkel, Mann. Aber nur hier? Okay, jemanden haben wir hier noch? Ein bisschen Mond. Ach, wahrscheinlich müssen wir... Ah, okay, alles klar. Jetzt klappt das Ding da oben sicher auf. Ja, okay. Verstanden. Jetzt brauchen wir einen Fisch. Den müssen wir schmeißen. Hallo, ich habe gesagt schmeißen. Oder nicht? Nee. Kann hier irgendwer schmeißen? Ja, er kann. Ernsthaft? Das geht nicht. Ah, nö. Ich mache jetzt einfach mal ganz kurz schnell so weiter. Jetzt haben wir jetzt mal keine Steine ein. Jetzt kommen wir zur Truhe. Und zum Schatz der Cortez, glaube ich, war das, ne? Sag mal, kann hier generell nur Jack irgendwas kaputt machen? Ja, guck. Echt, warum? Und er schlägt auch noch mit dem Fisch zu. Gebt euch das. So, Barbossa, du altes Haus. Jetzt geht's rund. Aber ein bisschen Fehler hat das Spiel unten, zumindest im Gehen schon. Ihr seht, ich muss immer springen, dass ich hier weiterkomme. So, aber dann klatschen wir mit dem Fisch ein. Das geht hier jetzt oben wieder nicht. Kann ich hier hinten lang? Nö? Okay. Sauber, Barbossa. Komm nochmal hoch. Okay. Komm schon mal, komm schon mal, komm schon mal. Ui, es geht weiter Ich dachte gar nicht, dass es gerade weiter geht Jetzt bin ich ein wahrer Pirat So, hier Achso, jetzt müssen wir nochmal fünfmal schlagen Ähm, kurz gucken, was gibt's Hier, ach hier kann ich nicht langlaufen, okay Das sind Nadeln, wenn ich runterfalle, bin ich tot Auch okay, verstanden Aber warte mal, er will das weglocken Geht sein Okay, Jacks Kompass geht hier nicht Äh, warte mal, wie komme ich hier rüber Ach hier, an die An die Lianen Oh, ich bin falsch gesprungen Aber Leute Das gibt's ja nicht Dämlich kann man sein Die kann man auch nicht hinter Abossa, bleib hier Achso, ich bin ja eigentlich schon ein wahrer Pirat, ne Kann ich ihn abschmeißen? Bam Entschuldigung Okay, das ist ja eigentlich relativ easy tatsächlich gerade Moment Der Affe springt immer auf andere Yeah Was machst du? Kann ich ihn nicht schmeißen? Oh, einmal mit der Bratfalle eins drüber Mit der Schaufel, mein ich Babossa Kann ich motiveren? Ja Meist Igen Was ist nicht No love Mann 화� Mann 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 So, wunderbar. Wir haben das Spiel geschafft. Wir sind zumindest mit dem Teil hier weiter. Leider haben wir nicht alles bekommen. Sehr, sehr schade. Und wir beenden die Geschichte. Und wir beenden die Geschichte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020